hallo und willkommen zurück zu xcom 2 mit covert infiltration dann lasst uns mal hier kommt ob es aber ich kann es punkte verdienen wir interessant facility die brauche man nicht wirklich können wir doch irgendwie jemand schicke martin lichnet kinder in schicke eventuell aber auf c darauf was zichte kommt uns bergut ihr könnt doch eventuell wo die arbeit sind tun hat oder abkommen ist immer gut ich befehle meinen leuten sich sofort auf den weg zu machen so funkerle errichtet die tings haben wir geholt dann machen wir das aber fertig mit ganz angefangen was wollen wir machen da können wir zumindest so hingehen als was sind sollte aber ich hoffe dass die so viel fortschritt machen derzeit news sollt mischen in 22 stunden delay tag event spinne und fliege ist uns völlig egal was ist völlig egal machen wir nicht nur sollten wir schon ein neues monument in drei tage delay tag event machen wir auch nicht frauen fliege perfektion solcher schahmützlaas nie ich brauche ich ein bester so liegen ich würde ihn nicht entsetzen neutralisieren in general ja das müssen wir machen aber da haben wir noch fünf tage zeit da nutzen wir das noch schnell aus und signal ist laut und deutlich das gemacht pika ist fertig in drei tage wir müssen noch bis über 100 tiger erholen sich die leute wir haben wir heute sehr schön die unisches projekt drei tage ja okay das doch müssen wir alles machen mutteria captain priester andromedon titan torwichter den australischen sektor dieser die andere zu spielen und fliege das kann eigentlich nicht funktionieren das sollte eigentlich doch funktionieren wenn es noch auserwählte gibt und die gibt es nämlich und das alarmbereitschaft ja mein gott ist es nicht so wild um bob kann ich glaube ich schonen charme kommt mit zusammen und schenke j bestuft ach aber hallo wir hätten gerne den wirst du mit euch freiwillig gemeldet mit wendelstuhl stefan das ist gut so kriegen wir einen ranger das funktioniert wir fangen einfach mal hier an nie falsch habe ich halt mal gerne am scharf schützen damit er sich schön positionieren kann das funktioniert immer ganz gut jetzt erst mal die bewacher rüstung so frostbombe alles weitere später stefan die kurs rüstung und das hier kann gruppen kreml markt 3 und am besten das hier so woche rüstung wenn das schon ein machen wir dann das ist gut eventuell würde man doch noch schnell was korrigieren so du nimmst rät anzug struktur gewähren das hier das hier und panzer brechend würde ich sagen schütteln und schlussendombe de trommel durch j kann eventuell ein mikrofon mitnahme es fälliger es kuscheln und und fahren geschossen vielleicht ist eure bombe kein geschossen haben wir nirgends ja es ist auf dem schnitter ist immer so sache ich will mich bei den erhalten auf kritz verlassen das ist es halt aber ich denke aber wir könnte hier noch was gucken überragendes magazin fernrohr wir gucken was haben wir noch überragendes laser messier überragter stecher die bonus aktion das ist halt immer geil das sollte man lieber auf den gut und dann würde ich sagen wieso geht's los so dass immer und nicht in tunnel das ist gut und hier ein elite abwacher das erste wo wo uns jemand begleitet das finde ich doch muss er nicht so wo sie man hier im weg n so King Kaus kann ein aber sind von hier zu mir wir haben auch die Schöne vorhin so dass aus unserem mobiles Mimik Beacon wir haben gibt graus anzug es sei ihm gegönnt so dann muss man sich erst mal ein paar Leute finden würde ich sagen ok hier ist die Zone wohl also würde ich sagen eher in diese Richtung auf dem Weg hierhin hierhin nee, du gehst du nicht durch Jay Tim hier bis hier in die Mitte unser Dingens hier geht wohl hierher das ist ok Steffi, gehst du hin geh wohl hierher wir kommen schon bei den Nick der Abraker hat eine Granate interessant oh, guck mal hier das ist doch der Beluga, oder? du entkommst mir nicht Beliga, wie auch immer oder wie es Jay immer sagen würde Opfer ich kenne doch nee, Harrier Captain trotzdem Opfer ähm 15 bis 17 kommt Empfang an der Priest denkt auch was ist hier passiert so ähm in der Haschendutor getriggert verstehe ich nicht ähm dein Granat heben wir mal noch auf so das ist ja schlecht oder ich direkte Kritring getriggt wunderbar Jasmin magst du er brennt gut dann ist er tot wüsste doch eigentlich, oder? also nur der Stasis halt ähm komm doch her ich bin zu weit hin Jay Geht du Feuerschutz ebenso wie du ähm wir registrieren einen Advent-Transporter ach so stimmt das wollte ich sagen mit dem Käpt'n ach das funktioniert er darf nicht an Bauch dieses Schiffes gehen zu Befehlkommander ich sehe mehr als das nackte Auge 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 das nackte Auge aber ähm Tim 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 müsste eigentlich auch nur kommen das wär nicht verkehrt unser Mimik-Beacon vom Kimo hier und du bleib schmohl da kommt schon so weit bei unserem glück triggere mal die jetzt das versteck spiel ist vorbei wechsler position wieso eigentlich nicht oder mehr an zwei stück dabei können wir sagen und so stefan ein bisschen näher wir brauchen eben nämlich ein bisschen luft für die andere chemo hierher mit dem renn ich sie ja schon mal hier könnte man eventuell neuer dort ruf kum hier wird man so komischerweise triggere die kugel nur einfach ob man auch wochen kann Der Jailer, der Jailer ist einfach nur Opferhanden. Gibt's doch nicht. Eher nicht wolle. Okumo. Das ist sehr gut, fang mal direkt mit dem General an. Das ist doch doch, oder? Jo. Das war nicht gemeint. Das Jasmin ist quasi, oder sagen wir mal so, die Gegner sind Feuer und Flamme fürs Jasmin. Nicht gut. Ah, da wollte ich eine Prophese. Dammit. Nur N3, nur 3,30. Das ist ja egal. Der macht zu platt. 1,5 Abschuss bestätigt. So wird das gemacht. Wir müssen alle Feinde im Gebiet eliminieren. Sie dürfen den General nicht in die Finger bekommen. Ja. Es wird etwas triggerer. Deswegen... Guck mal hier. Abwrackgewehr. Ja. Es wird schon so böse an. Es wird schon so böse an. Ja. Ja. Es wird noch 2 Aktionen. Ja. Du bist immun. Wunderschön. Wunderschön. Wunderbar. 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 Wir dürfen ja nie als wir in der Gieren. ja das war es richtig geil dass er neben am auto gestanden hat als es explodiert ist du schießt auf unser mimik beacon ich glaube es hat den kämen das ist so überhaupt nicht so ob der titan muss weg den will ich nicht ja eigentlich war es blöd eigentlich hätte man sollen eigentlich hätte man soll auf den du schießen wir gucken wie man das machen und schick und studie eventuell natürlich kann doch doch das muss so sein du kannst nicht weglaufen okay nur gut komodom ja nur noch eine splittergranate dann hätten wir eventuell was können wir hier machen wir haben optionen wir haben zum beispiel wahnsinn den man nicht nutzen können wir haben stasis wir haben da inspirieren komo ihr kondensator entladung 8 bis 11 wird so hier fast anbieter oder noch besser hier wo komo dort jemand ziemlich viel energie machen wir noch das dort das ist doch komo das ist doch schönes ding für kondensator entladung oder so desorientiert so können wir noch irgendwas töten wir können wir aus minor tour köpfen das minuten kann schon nur kontrollieren und das nicht man muss das bin könnte eventuell bis sie näher gehen mit mir aus wollen wir können aber auch in stasis so wir machten den andromedon anzug kaputt die stu einfach so im freie das ist auch nicht gut dass der ist es oft zu dienst wäre eventuell nicht schlecht du kannst eventuell das bringt uns nichts so bringt uns auch nichts ja klar er könnte verbannen auf das ding machen stasis auf dennoch und dann kann stu oder warum wir machen das ist so gut die idee wir machen es erst das hier jetzt machst du immer noch zwei zwei schuss so denn ohne mann hat und denn denne wolle man nicht oder wir können schon tun die lehre spalt hier machen das ding so wie gesagt ich kann hier stasis machen auf den priester ne auf den torwichter das ist schon auf den richten das war der plan dass ich stasis auf den morgen ich hätte so eventuell noch mal da du kannst dann machst du verbannen auf denne torw bei mir schuss direkt das ist das gute am verband das macht dann direkt weiter mit der anderen fähigkeit also das verbannen allein nicht die andere fähigkeit dass man nur verbande einfach so oft weiter schießt wie lange man munition hat so wie können wir sehr viel machen ich weiß wo du bist ja kann schon mal wie machen so mehr in hier stock so du gehst ich möchte mal außerhalb vom explosionsradius hin du sagst du normaler du kannst du mal außerhalb du kannst du mal außerhalb von dem so ok gab es was zum überlegen aber alles gut er sammelt wieder carsten ok leider nichts den meisten ausgesetzt ich auch nichts und der falke da sind wir wieder eine kameradschaft aufstieg wir sind weiter stärker wenn wir zusammenarbeiten kann ich da kann man doch jetzt moment so sehr schön gut dann würde ich sagen wir sind für dieses mal durch in drei tage ist diese forschung fertig dann können wir das andere anstoße und geht voran wünsche euch noch einen schönen resttag und bis zum nächsten montag bei bei